Ja, das ist der Sport, der in den letzten Tagen fantastisch läuft, auf dicke, fette Schleie, aber auch auf Dinkelsbühler und natürlich auch auf die Kvolzdorfsky-Schleie. Und ja, ich such sie noch immer und nein, ich hab sie immer noch nicht. Sie ballert einfach random immer mal wieder rein, aber speziell an der Stelle wird sie gerade immer wieder ganz gut gefangen. Also sie geht hier immer mal wieder rein, man sieht es gerade auch im Discord, regelmäßig verschiedene Trophies hier an der Stelle. Von der Kvolzdorfsky, von normalen Schleien, von, naja, Dinkelsbühler noch nicht, aber Dinkelsbühler zumindest in groß und auch in Masse immer wieder dabei. Aber auch noch Giebel-Trophies. Wenn man es haben will, kann man natürlich auch abschließen hier an dem Gewässer fürs Fangbuch, auch gar nicht verkehrt, nehmen wir natürlich auch gerne mit. Vom Kescher-Bild her sieht es ungefähr so bei ganz, ganz vielen aus. Also wenn man so reinschaut, doch recht ähnlich, also immer wieder Schleie dabei, immer wieder natürlich auch die Giebel, kleine Schuppenkarpfen dabei, aber eben auch sehr viele von den Dinkelsbühlern und das macht natürlich richtig Bock, denn die sind Kohlemäßig gar nicht so schlecht. Wir sind ja hier vorne direkt an der Base. Also der Spot, wo man quasi direkt am Spawn schon landet und wir schauen auch mal eben kurz rein. Schleie hätten wir hier schon drin, perfekt. Können wir auch eigentlich gleich direkt abgeben. Sonst fehlt hier noch ein bisschen was, aber so sieht das doch schon mal ganz gut aus. Also 228 Silber und da geht auf jeden Fall noch mehr, wenn man hier kleiner reingeht. Ich bin jetzt so ein bisschen, ich sag mal mittelgroß unterwegs, mittelgroß von den Boilies und von den Haken. Man könnte hier richtig schön oder man kann hier richtig schön auch auf Masse gehen, wenn man einfach nur mit dem Karamell-Maiskorn hier reingeht, mit Sahne oder mit Milchcreme als Dip oder wenn man eben hier nur mit einem Küder reingeht und einem kleinen Vierer-Haken zum Beispiel, dann geht da noch mal ein bisschen mehr. Vom Setup her bin ich jetzt, wie gerade schon gesagt, so ein bisschen mittelmäßig unterwegs, mittelschwer. Also so in dem Style. Ich sehe hier auch gerade einen kleinen Fehler. Ich bin ja hier mit Pellets unterwegs, aber ja, trotz allem geht da was. Hier muss ich gleich mal das Vorfach ändern. Einserhaken und Pellets. Dann haben wir hier auf der Kombination Pop-Up. Also hier Pop-Up 12 und Karamell, also auch das klappt richtig gut. Auch hier wäre vielleicht ein Vierer-Haken noch mal ein bisschen besser für mehr Frequenz. Und als drittes nehmen wir mal eben raus hier. So, die Giebel. Und als drittes das Setup hier auch noch mal Pop-Up-mäßig unterwegs. Auch noch mal 12 und Karamell-Geschmack. Also gleiche Kombi. Die Futtermische habe ich gleich gerade eben auch noch mal hergestellt. Gucken wir uns gleich noch mal an. Die geht komplett auf Schleie, die Futtermische. Und da ist einer dran. Sehr schön. Ui, jawohl. Die sind auch immer mal wieder mit dabei. Orangie Ogon. Ich habe es gestern Abend auch schon getestet. Hier schon ein bisschen länger auch getestet. Und auch da hat das richtig gut funktioniert. Orangie Ogon bis, ja, so 7 Kilo herum. Ich glaube, ich war der größte. Aber auch ein paar in der Gewichtsklasse. Also das passiert auch. Geht auch immer mal wieder mit rein. Jetzt ändern wir mal hier eben kurz das Vorfach. Weil wir ja hier sinkend unterwegs sind, nehme ich auch ein sinkendes Vorfach. 20 Zentimeter reicht. Genau. Und dann direkt wieder raus damit. Futter-Mische kann ich auch gleich noch mal eben zeigen. Die haben wir hier noch drauf. Und hier wieder auf Karamell. Jawohl. Zack. Und die nächste Schleie. Ja, das ist natürlich wichtig. Also eine hohe Frequenz an Schleien. Also eine Location haben, wo die Schleie immer wieder Bock hat. Ich muss gerade noch mal eben kurz checken. War das hier richtig? Doch, war richtig auf 9 Meter. Genau. Genau. Hohe Frequenz für Schleie. Damit wir einfach immer wieder die Chance haben, beim Fangen der ganzen Schleien, dass zwischendurch die Kvolzdorski-Schleie mal mit reinballert. Das ist das A und O. Und dann tut sie das auch. Also sie ist dann immer wieder auch mit dabei. Wie gesagt, man sieht es einfach auch an den Kescher-Bildern. Neben, soll ich machen mal hier auch noch mal eben runter, beziehungsweise guck mal eben rein, dass die dann immer neben den ganzen Schleien, zack, random mäßig eben auch auf einmal reingeht. Futter-Mische, PVA, Bällchen, einfach nur mit der Futter-Rakete, mit Method-Feeder, einfach nur mit dem Futterkorb. Also wie auch immer, Futter-Mische in der Variante habe ich jetzt gerade zusammengebaut, auf Mais-Basis eben, ganz wichtig für die Schleie. Genauso eben nochmal eine Mais-Komponente mit drin und auch hier nochmal eine Hanf-Komponente mit drin. Das sind alles Komponenten, die Basiskomponenten quasi sind für Schleien. Und jetzt hier natürlich nochmal Sahne oder süße Sahne, beziehungsweise beides mit reingemacht. Man kann auch wahrscheinlich statt Mais einfach nochmal eine Karamell-Komponente mit reinbringen. Warum auch nicht? Denn das mit dem Karamell klappt auch ganz gut, speziell eben auch hier mit Milchcreme in Kombi. Da läuft das immer ganz gut. So, direkt wieder raus damit. Weitermachen und gucken und hoffen. Und jetzt heißt es natürlich auch hier wieder einfach Sitzfleisch haben, ne? Immer wieder warten, warten, warten und hoffen, dass einer von oder eine von diesen normalen Schleien, naja, vielleicht einfach nicht so ganz normal ist, ne? Dann hat man irgendwann einfach die Kvoldovski dabei. Es ist trotz allem natürlich Lack. Also, wenn man ganz viel Glück hat, dann ist auf einmal die Location so oder das Wetter so, dass dann hier eben die Kvoldovski reingeht. Wettertemperatur und so weiter, Wassertemperatur, alles tendenziell kalt, also eher speziell. Normal würde mir auch da wieder deutlich besser schmecken oder sogar warm. Da haben die Schleien zuletzt ja hier oben in der Kurve richtig gut funktioniert bei warmem Wasser. Aber jetzt in der Area geht es so einigermaßen gut und trotz allem werden eben auch die Kvoldovskis gefangen. Also, das ist gar nicht so verkehrt. Kann man also gerne testen. Ja, und ich glaube, das ist es auch schon. Letzten Endes heißt es testen, 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 ausprobieren. Ich bin jetzt hier knapp eine Stunde zwischendurch noch ein bisschen Rumprobiererei dabei gewesen. Aber es sind jetzt hier, ja, 200 noch was Silber. Da geht auf jeden Fall mehr. Also, wenn man im Discord schaut, liegen die meisten so zwischen 400 und 600 Silber. Also eine ganz, ganz gute Frequenz eben auch. Und, ja, wenn man dann eben hier auch noch mal ein bisschen kleiner reingeht, um noch mehr Frequenz zu haben, dann lohnt das natürlich noch mal zusätzlich. Entfernung könnte ja auch ein bisschen variieren. Acht Meter, wie gesagt, bis zehn Meter gibt es ganz verschiedene Beispiele, ganz verschiedene Infos auch schon, die gesagt haben, ja, auf acht Meter läuft super. Ohne Futtermische gibt es auch schon einige, die sagen, nee, ohne Futtermische geht bei mir gerade ganz gut. Aber dann auch wiederum andere, die sagen, nee, mit Futtermische noch mal deutlich mehr. Also, da ruhig ein bisschen rumprobieren. Oder auch einfach mal nur eine simple Futtermische nehmen. Vielleicht einfach nur die original Schleienfuttermische nehmen. Gar nicht so ganz gravierend da einwirken. Zack. Und dann lüppt das auch mit den Schleien. Und ja, am besten für die Schleie tatsächlich die Kombi hier mit dem Zwölfer Pop-Up. Relativ kleinen, süßen Karamellgeschmack. Und dann hier mit Sahne, beziehungsweise, weißt du was, wir machen noch mal einen mit Milchcreme. Habe ich das jetzt zweimal Milchcreme? Gucken wir mal eben rein. Das andere Setup liegt ja hier. Genau, Sahne und einmal mit Milchcreme. Dann habe ich es doch jetzt beides drin. Und dann werde ich das jetzt so in der Kombi noch ein bisschen weiter testen und probieren. Und hoffen, dass irgendwann mal die Quolzdorski-Schleie reinballert. Petri Lümmels, Daumen da lassen, wenn es dir gefallen hat. Kanal abonnieren, gefällt mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream. Montags, Mittwochs und Freitags immer ab 19 Uhr. Bis dahin. Outro Outro Untertitelung des ZDF, 2020